Musik Hallo, herzlich willkommen zu So, folgt mal Nachrichten, Ausgaben Nr. 75 vom 27.04.2012. Mein Name ist Michael, der Russer. Tel Aviv Der Präsident des theonatischen Regimes, Shimon Peres, hat erneut sein geheimes Treffen mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, bestätigt. Wie paltimais.net am Dorosag berichtete, hob Peres hervor, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vollkommen über dieses Treffen, welches der Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit den Palästinensern stimmen solle, informiert war. Die zionistische Zeitung Yetiot Aharonot schrieb in einem Kommentar diesbezüglich, dass es nach Meinung von Peres unter den Spitzenpolitikern der arabischen Staaten keine bessere Alternative als Abbas gäbe. Er sei gegen den Krieg und unterstütze den Frieden. Auch in der Vergangenheit habe es niemanden gegeben wie Abbas. Washington US-Senator Marco Rubio, der bei einem Wahlsieg der Republikaner wahrscheinlich Vizepräsident würde, hält einen unilateralen Militäreinsatz gegen die rheinischen Atomanlagen für geboten. Schweinehund Falls Sanktionen und Verhandlungen nicht die gewünschte Wirkung zeigen Bei einer Konferenz in Brookings Institute in Washington sagte Rubio, dass die USA ihre Partner auf die Möglichkeit einer militärischen Lösung vorbereiten müssten, um eine rheinische Atombombe zu verhindern. Darüber hinaus müssten die gesamten West-Osten-Politik im Mittelsten darauf ausgerichtet sein, eine Vorwachtstellung des Iran zu verhindern. Die USA hätten bei der Lösung globaler Krisen die Führung zu übernehmen, so Rubio, benötigt auch in eigener Regie. Der 40-jährige Senator aus Florida ist Mitglied im mächtigen Außenausschuss des Senats. Er gilt als möglicher Vizephon mit Romney, dem wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Die USA werden 9000 Armeenangehörige von den Militärstützpunkten auf der japanischen Insel Okinawa abziehen und sie auf den Insel Kuam, den Hawaii-Inseln und in Australien stationieren, teilt am Freitag die Agentur Kyodo unter Hinweis auf eine Erklärung des japanisch-amerikanischen Konsultativkomitees für Sicherheit mit. Die Seiten haben sich geeinigt, schnellstmöglich einen Plan auszuarbeiten und die Fristen des Abzuges der amerikanischen Militärs und deren Familien aus Japan festzulegen, hieß es in der Erklärung. Von den 19.000 auf Okinawa stationierten US-Soldaten werden 10.000 bleiben. Die Gesamtzahl der US-Armeeangehörigen in Japan wird somit von 47.000 auf 48.000 zurückgehen. Die Ausgaben für die Verlegenung der US-Militärs werden nach vorläufiger Schätzungen etwa 8,7 Milliarden Dollar betragen, etwa 3,1 Milliarden Dollar davon wird Japan bezahlen müssen. Die USA werden auch das Territorium, das fünf Stützpunkte im Süden von Okinawa mit einer Fläche von 1010 Hektar an Japan übergeben. Washington und Tokio haben 2006 ein Abkommen geschlossen, dem gemäß 8.000 amerikanische Marieninfanteristen von Okinawa auf die Insel Kuam im Stilenozean verlegt werden sollen. Die Bevölkerung von Okinawa tritt gegen die Präsenz der US-Militärstützpunkte auf der Insel auf. Die antiamerikanischen Stimmungen im Land verstärken sich drastisch, als bekannt wurde, dass US-Soldaten im Jahr 1997 eine japanische Schilderin entführt und vergewaltigt hatten. Moskau Der russische Präsident Dmitry Medvedev, dessen Amtszeit im Mai abläuft und der möglicherweise das neue Kabinett leiten wird, hat das Angebot von Vereintes Russland angenommen, der Partei beizutreten und sich an ihre Spitze zu stellen. Ich möchte sagen, dass ich in die Reihen von Vereintes Russland eintrete, teilte Medvedev am Freitag bei einem Treffen mit dem Partei aktiv mit. Ich danke für das Angebot, die Partei zu leiten. Ich nehme es offiziell an, sagte der Staatschef und fügte an, dass in der Zukunft jeder Leiter der Partei auch ihr Mitglied sein soll. Das Raumschiff Soyuz TMA-22, an dessen Bord sich die russischen Kosmonauten Anton Shkaplerov und Anatoly Ibanisha, sowie der NASA Astronaut Daniel Bubank befinden, hat sich in der berechneten Zeit vom Modul das Wert der russischen Segments der internationalen Raumstation ISS automatisch abgetrennt, teilt ein Vertreter der Flugzeitzentrums RIA Nowesti mit. Sein Worten nach sollten die Triebwerke des Raumschiffes um 12.49 Uhr mitteleuropäische Zeit für die Bremszug eingeschaltet werden und die gemahnte Soyuz wird um 13.21 Uhr in der dichten Schichten der Atmosphäre eintreten. Die Soyuz-Kapsel soll um 13.45 Uhr 85 Kilometer nordöstlich der Stadt Akalik, Kasachstan, landen. Der Gesprächspartner der Nachrichtenagentur teilte auch mit, dass die Raumfahrer von der ISS zwei Arten von Fracht mitführten. Güter, die zur Erde zurückgebracht werden, und Fracht, die im Weltraum entsorgt werden sollen. Bei der Fracht, die zur Erde zurückgebracht wird, handelt es sich um verschiedene Ausrüstungen und Forschungsergebnisse. Das Raumschiff Soyuz TMA-22 sollte am 16. März zur Erde zurückkehren. Im Zusammenhang mit dem Aufschub des Staates der bemannten Soyuz TMA-04m mit der Besatzung der nächsten ISS-Expedition vom 30. März auf den 14. Mai wurde das Datum der Rückkehr von Skablerow und Iwanischen und Bubank jedoch zunächst auf den 30. April und dann auf den 27. April verschoben, da der 30. April ein arbeitsfreier Tag ist. Ziemlich verwirrend. Die Arbeit auf der ISS setzen der russische Kosmonaut Oleg Kononenko, der ESA-Astronaut Andrei Kaukas und der NASA-Astronaut Donald Petit vor. Eine neue Expedition soll am 14. Mai mit einem Raumschiff Soyuz TMA-04m vom Weltraumbahnhof Baikonur, Kasachstan, zur ISS starten. Der nächsten ISS-Stammcrew gehören die russischen Kosmonauten Gennady Padalka, Sergei Herewin sowie der NASA-Astronaut Yosef Aqaba an. Die russischen Soyuz-Raumschiffe bleiben nach dem Abschluss des Programms der Shuttle-Flüge in den USA das einzige Mittel für den Transport der Besatzungen zur ISS. Bis zum Jahr 2016 wird es keine Alternative zu den Soyuz-Raumschiffen geben, um die Astronauten der NASA und der Partneragenturen zu ISS und zurück zur Erde zu bringen. Eine entsprechende Ergänzung zum Vertrag hätte zuvor die russische Weltraumagentur Roskosmos und die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA unterzeichnet. Tötend Sinn Er pöbelt, ermordet, er bringt die Teenies reihenweise zum Heulen. Dieter Bohlen ist nicht gerade zart beiseite, außer es geht an das eigene Ego. Der Pop-Repro verklagt jetzt nämlich die Bundesrepublik Deutschland wegen Verletzung der Menschenrechte. Grund für skurrile Gerichtstrama, die Werbeplakate der Zigarettenmarke Lucky Strike. Sie machen sich nämlich ein bisschen über Bohlenes Buch hinter den Kulissen lustig, aus dem mehrere Passagen geschwärzt werden müssten, nachdem einige Promis klagten. Beleidigt ist Bohlen darüber natürlich nicht. Ich verstehe doch Spaß, erklärte Bohlen der Bild-Zeitung. Aber der hört bei mir als Nichtraucher auf, wenn ein Tabakkonzern auf meine Kosten Werbung macht. Und wenn ein Dieter Bohlen klagt, dann lässt er sich natürlich auch nicht so einfach abspeisen. Das Landgericht Hamburg und das Oberlandsgericht gaben ihm noch recht. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Die Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen. Dieter mussten Bundesrepublik auf Schadensersatz verklagen. Und immerhin steht ihm dabei Ernst August von Hannover bei. Der klagte ebenfalls gegen Lucky Strike. Eines, deren Werbungplakate zeigte eine zerknallte Zigarettenschachtel und textet, war es Ernst oder August. Demmit spielt es auf zweikörperliche Auseinandersetzungen des Prinzen an. Laut Bild argumentierten seine Anwälte, die Werbung würde ihn als brutalen Schläger an den sozialen Pranger stellen. Die Zigarettenwerbung gefährdet sein Privatleben, so der Garte von Caroline von Monaco. Weiß das Wirtstierbohlen eigentlich nicht, dass es bei den Gerichten unter der Bundesrepublik in Deutschland nicht gegen die Verletzung der Menschenrechte klagen kann. Um gegen die Verletzung gegen Menschenrechte zu klagen, muss man als deutscher Mensch sein und seine Klage von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg vorbringen. Nach gewonnenem Prozess muss er das anerkennen, dass er seinen Schadensersatz nicht durch die Bundesrepublik in Deutschland vollstrecken lassen kann. Also viel Spaß her, Paulin. Open Bochum Open Bochum droht das aus. Massenentlassungen bei Nekamann, Spanien und Irland korribieren. Ringsherum bringt die Welt zusammen, doch Ökonomen und Politiker prophezeien Deutschland einen Aufschwung. Gegensätzlicher können die Auffassungen über die Krise Europas kaum sein. Während Europa unter der Führung Deutschlands weiterhin sein, heil an einem radikalen Sparkus sucht, werden politisch einflussreiche US-Wissenschaftler wie der Nobelpreisträger Paul Krugmann genau diese Politik als ökonomischen und letztlich wohl auch politischen Selbstmord Europas. Die Investoren-Legende George Sorok fürchte als Folge der Sparpolitik gar einen Zusammenbruch wie den der früheren Sowjetunion. Er geht in die falsche Richtung, sagt Soros. Daher habe die Krise inzwischen das Potenzial zur Zerstörung und Auflösung der europäischen Munition, konstatierte heute die Zeitung der Axelspringer AG die Welt. Damit war es das mit Honigmann Nachrichten für heute, für Freitag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verzeihen Sie mir meine deutschen Fehler. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017